Wenn wir uns in den Graben setzen, was findet ihr denn gut bei den Theosen? Jetzt mal ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen mehr Buchen, ein bisschen mehr Buchen auf der 2.0. Ja, zum ersten Mal in diesem Fall, die wir heute haben, die wir zum Staubjahr in der 1.7. Für Vincent in Quilterby von Ihnen des Feuers. So war es ein bisschen, wenn wir nichts machen, dann überhaupt noch ein bisschen mehr Buchen aufzunehmen. Und wenn wir nicht in der 1.7. einen Ruchtbar absetzen. Musik Nein! Auch der zweite muss er sein! Die hier in Abwehrschlade, die gesagt, die Frau Führer war, die hier in ihrer Fraktion zu retten, Liebeschalk der Ager und Fiat Vier. Nein! Auch der zweite muss er sein! Die hier in Abwehrschlade, die Frau Führer war, die hier in ihrer Fraktion zu retten, Liebeschalk der Ager und Fiat Vier. Und dafür, wenn ich es wir gehen, oder sterben über das Reiches, und das sieht ganz so aus. Und hier greift jeder selbst an Wieland, Widerst du hier ein? Mein Gegner ist ja, Litter Kirste! Enttrollen soll es mal Prinzessin Weymerinz! Litter Kirste! Wieland! Wer, Litter Kirste, was du damit bist? Das sind die Grenze in die Zukunft. Klamm an die Götze. Ihr habt die Rechte des von mir gebronnen. Ihr habt die Rechte von mir verletzt. Ist denn niemand hier dieses Unrecht? So war jeder noch. Prinzessin, das ist ja hier. Und die Frau dann wieder zum Kampf. Ein Wort auf unsere ungegene Prinzessin. Nur bei ihr zu tun. Sie als Frau sind die Geschirksnimmer. Sie als Frau sind die Geschirksnimmer. So war jeder die Götze. Und noch nicht die Läste. Die Götze sind der Götze sind der Götze. So war jeder. Läste sind die Götze. Die Götze sind die Götze sind die Götze. Sie als Frau von einem Götze sind die Götze sind. Oh nein, jetzt ist sie vorbei verliebt. Sie haben geschlossen, nichts dagegen zu setzen. Sie liegen das Sieg am Boden. Hat jemand damit gewonnen? Ist er kein Hild, hat er? Er ist wahr, es zu dem Grafen, kleine Scheiben aufzunehmen. Und jetzt ist das so. Wie lange? Nun bin ich der Schiff für das Schreifers. Die Grafieger. Der Sieg am Boden. Welche Zuge lassen wir bis jetzt gleich? Haltet ein, Grafieger, und traut euch nicht so früh. Noch habt ihr nicht gesiegt. Das, das ist nicht möglich.